Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable. Ja, wir sehen schon hier, alles ist wundervoll geschmückt, denn es war ja gestern Valentinstag, also bei mir war es gestern am Sonntag. Und es sieht immer noch wunderschön hier aus, richtig schön, gefällt mir echt gut. Schade, dass ich gestern nicht online war. Ich glaube, wir seiten direkt einfach mal hier durch. Wir müssen ja wieder zum Landgut zurückseiten, weil die Sache mit Sabine ja hier am Laufen war. Ja, werden wir auch gleich machen. Ich will mir nochmal gerade anschauen, wie das hier geschmückt ist. Oh, wie schön. Über die kleinen Herzlaternen niedlich. Also das muss ich jetzt wirklich hier machen, einmal komplett hier rumreiten. Oh, und die ganzen Luftballons, ist hier auch irgendwas? Schade, hier ist nichts mehr. Oh, doch hier, alles. Oh, schön. Ich bin begeistert. Aber ihr wisst ja, ich bin immer gleich zu begeistern. Ach ja, Moment. Was ich mir ja noch angewöhnen wollte... Oh, kannst du... Nein, er kommt nicht mehr rüber. Schade. Die Zen schnell nochmal zu machen. Wenn wir schon... Sieht aus wie Moony. Eindeutig Moony. Ich wollte ja immer die Zen machen. Das machen wir jetzt auch mal. Wenn wir schon hier sind, machen wir immer erst einmal die Zen, bevor ich das vergesse. Und, ähm... Na, mal schauen. Rocky ist auch mega happy. Mensch, ist die Steilhilfe immer noch aktiv? Ich... Das kommt mir irgendwie echt lange vor, dass ich die Steilhilfe engagiert habe. Aber sie scheint immer noch aktiv zu sein. Aber gut. Schön ist das. Ich denke aber, ich muss bestimmt die Steilhilfe jetzt bald ein wenig verlängern. Weil... Ich weiß nicht. Ich weiß echt nicht, wie lange. Ich glaube, wir hatten die ja für zwei Wochen engagiert. Bezahlt schon. Und jetzt müsste theoretisch... Müssten die zwei Wochen eigentlich um sein. Oder es kommt mir nur so vor. Das kann natürlich auch sein. Ja, es wäre natürlich auch ganz schön, wenn die zwei Wochen um wären. Nicht, weil ich dann bezahlen muss. Sondern, weil ich dann immer ein bisschen spare. Denn ich möchte mir wieder ein neues Pferdchen kaufen. Ich bin echt im Pferdeshopping-Wahn, so ein bisschen. Und die gute Alina hat mir einen Tipp gegeben, dass ich mir einen Morgen kaufen könnte. Und da habe ich mir jetzt mal angeschaut, was es da so für Morgens gibt. Und die sehen ja wirklich bezaubert aus. Also nicht alle, die vom Pferdesportcenter und vom Pferdemarkt, die sehen nicht ganz so schön aus. Die gefallen mir nicht so. Aber ich habe Bilder gesehen von Morgens in Firegrove. Und die sehen ja echt sichtig cool aus. Jetzt ist nur die Frage, komme ich überhaupt schon nach Firegrove? Moment, wir machen mal ganz kurz Nein. Ich gucke mal kurz hier. Hier ist Firegrove. Wer kommt tatsächlich da schon hin? Na, das ist ja cool. Ich hatte mich nämlich schon gefragt, wo ist denn Firegrove überhaupt? Weil da gibt es so einige schöne Pferde. Und da werden wir demnächst am besten mal hinreiten, glaube ich. Einfach nur mal umzuschauen, was es da noch so für hübsche Pferdchen gibt. Und dann kann ich auch gleich mal gucken, ab welches Level die ganzen Pferde sind. Denn mein Ziel war es ja, Level 12 zu erreichen, damit ich einige tolle neue Pferde kaufen kann. Wenn aber die Morgens schon ab einem kleineren Level zu haben sind, dann könnte ich mir durchaus früher schon mal ein neues Pferd kaufen. Das wäre super. Das würde meine Pferdekaufsucht auf jeden Fall beruhigen. Oh mein Gott. Ich sehe hier fast gar nichts, weil sie hier seitet. Oh, sie hat eine Abkürzung genommen. Verdammt, die Abkürzung kannte ich noch nicht. Okay, geht's weiter. Los, schneller! Rocky, du schaffst es! Ja, die Kurve so eng wie möglich nehmen hier. Oh, wir schaffen es leider nicht. Aber das ist ja auch ein mega Pferd, was sie da hat. Das seitet echt extrem schnell. Das war zu früh. Nein, es ging noch. Oh nein, ein Zaun! Oh, fuck. Los, los, Rocky! Oh nein, er klebt am Zaun. Er klebt am Zaun. Ach, verdammt. Jetzt habe ich meinen wunderschönen Vorsprung, den ich eben hatte, total komplett. Komplett verbaut, ey. Sowas Blödes. Naja, egal. Ich denke nur an meine Pferdchen, die ich noch weiter kaufen könnte. Oh, und dann freue ich mich ja auch schon darauf, dem Pferd einen neuen Namen zu geben. Weil ich glaube, das wird dann bestimmt wieder eine Stute werden. Boah, da fällt mir ja gerade ein. Ich habe früher als Kind durchaus auch mal den ein oder anderen Pferderoman gelesen. Und der Roman, der ganz toll war, war Black Beauty, das Wildpferd. Klingt jetzt echt blöd irgendwie, aber das Buch ist echt richtig gut. Das war so spannend. Und das war echt selten, dass ich als Kind irgendwie ein Buch durchgelesen habe. Ja, gute Arbeit. Na wunderbar. Und bald ist Rocky, Level 5. Das sieht ja auch cool aus hier. Oh, jetzt ist es weg. Oh, schade. Jetzt wollte ich mir dieses schöne pinke Pferd noch angucken. Na gut, dann eben nicht. Dann reiten wir jetzt zurück zum Land. Gut, wir haben unsere Pflichterennen jetzt heute erfüllt. Gut, wir könnten auch noch mehr machen. Und ich reite schon wieder irgendwie in die komplett falsche Richtung. Ja, das machen wir sehr schön. Immer in die falsche Richtung laufen. Wunderbar machen wir das. Dann reiten wir doch einfach mal zurück und reiten dort hoch Richtung Silverglade. Denn das ist ja gleich daneben. So. Schön ist das. Hopps. Ich glaube, das wird jetzt langsam mit den Springen. Wenn ich es nicht immer verpasse. Doch, durchaus. Gar nicht mal so übel. Oh, das ärgert mich jetzt aber doch, dass wir am Zaun festgesteckt sind. Das war echt ärgerlich. Schade. Hätten wir vielleicht sogar noch eine Höchstleistung schaffen können. Weil den Parcours, den haben wir ja jetzt wirklich sehr gut gemeistert gehabt. Na gut, Parcours ist es nicht. Parcours ist ja dieses andere, oder? Aber, ja, egal. Ihr wisst schon, was ich meine. So, jetzt bin ich mal gespannt, was hier mit Sabine los ist. Oh, verdammt. Ich wollte nicht mehr gespannt sagen. Ich sage einfach viel zu oft, ich bin gespannt. Gut, ich bin wirklich gespannt. Trotzdem sage ich das einfach viel zu oft. Ich weiß nicht, habt ihr irgendwie Sätze oder Wörter, die ihr ziemlich oft sagt? Man gewöhnt sich ja immer so an einige Satzbauten oder generell einige Sätze und Wörter. Dass es immer mal vorkommt, dass man einige Sachen echt sehr oft sagt. Hallo. Oh, nett, dass du gestoppt bist. Es gibt durchaus auch nette Reiterinnen hier. So, ich hoffe, ich bin hier richtig. Also so vom Weg her. Aber es sieht alles ganz gut aus. Ja, da oben ist es doch schon meine kleine Weinstraße hier. Da sind wir schon so oft geritten. Und ich bin so froh, dass hier alles wieder grün ist. Es ist einfach viel schöner, irgendwie dieses Frühlingsgefühl hier zu haben. Anstatt das Winterliche. Auch wenn ich im Sommer wahrscheinlich wieder denke, oh mein Gott, es könnte bald wieder Winter sein, weil es viel zu warm ist. Aber vielleicht habe ich ja auch dieses Jahr meine Meinung zum Sommer und Winter ein wenig geändert. Denn ich freue mich jetzt schon echt extrem auf den Sommer. Oh, müssen wir zur Basoness? Oh, hier leckt das wieder ganz schön. Hallo, Sabine. Sie ist vor einer Weile mit dem Pferd und Ausrüstung verschwunden. Schien so, als würde sie nicht mehr zurückkommen. Komisch, wo sie gerade für einen ganzen Monat die Stallmiete bezahlt hat. Ach, die Sabine. Ich frage mich nur, warum. Was willst du noch über Sabine wissen? Eigentlich weiß ich nicht viel über die Mädchen, die sich im Stall rumtreiben. Ich weiß ihre Namen, aber das war es eigentlich doch schon. Warte, Justin, wie bitte was? Er ist losgegangen um meinen, seinen... Ist das ein Scherz? Das wäre nämlich gar nicht witzig. Äh, nein, ist doch nicht witzig. Bitte entschuldige mich. Ich glaube, ich brauche eine kalte Dusche. Sofort. Godfrey. Wuhu, Level 9. Ach, wie schön. Level 9. Jetzt sind wir nur noch 3 Level entfernt. Oh, muss man mal drehen hier. 3 Level entfernt von Level 12. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ich hätte 200 Star Coins gesammelt jetzt mittlerweile schon. Leider ein wenig zu... Wenig. So. Da brauche ich noch unbedingt... Ich brauche 500 Star Coins noch dazu. Ja, da war. Ja, da war. Mandy, warte. Es gibt hier irgendwo ein neues Mädchen. Sie hat auch nach Sabine gesucht. Finde sie und freunde dich mit ihr an. Ihr werdet sicher schnell gute Freunde. Oh, hoffentlich ist die nett und nicht so wie die anderen. Obwohl May. May mag ich. Okay. Na, dann gucken wir doch mal. Sie hat ja wenigstens sagen können, wie dieses Mädchen heißt. Boah, hier ist aber echt viel los um diese Zeit. Deswegen leckt das hier auch so ein bisschen. Oh, was war das denn hier gerade? Das war ja ein Mega-Flugjumper hier. Alex! Oh, schön, dich kennst du dann, Mandy. Ich bin Alex. Ja, ich bin froh, dass du das sagst. Ich versuche schon seit längerem Sabine davon abzuhalten, den Leuten in Jurek Schaden zuzufügen. Aber es ist nicht so leicht. Ich versuche gerade ein Mädchen hier zu finden, das mit ihr zusammengearbeitet hat. Aber dann plötzlich ist sie verschwunden. Ihr Name ist Linda. Ich würde mich nicht wundern, wenn Sabine etwas mit Lindas Verschwinden zu tun gehabt hätte. Oho. Was? Du hast einen Brief von Sabine an Justin übergeben? Oho. Das ist nicht gut. Und jetzt sind beide weg? Warte. Hast du schon mal Sabines Pferd gesehen? Kahn? Er sieht wirklich anders als die anderen Pferde aus. Er hat so wie einen Schein um sich herum. Seine Hufabdrücke sehen auch anders aus. So als würden seine Hufe brennen, wenn er sie in den Boden drückt. Vielleicht finden wir so eine Spur, wenn wir ausschauen und nach solchen Abdrücken halten. Ich schaue mich mal im Stall um. Finde Kahnens glühende Hufspuren. Ah. Und wie schön, dass die Karte schon sagt, wo wir lang müssen. Das finde ich super. Boah. Das wäre aber auch echt schwer, wenn wir die Fußabdrücke suchen müssten. Wenn hier nicht so eine Spur wäre. Mann, Mann. Immer diese Sabine. Immer diese blöden Sabine. Ich weiß nicht, ob wir... Ich weiß nicht, war das bei Lady Cracker? Kennt ihr Lady Cracker? Hier mit Anke Engelke und so. Da gibt es auch immer ein Comedy-Part, wo eine Sabine drin vorkommt. Und das erinnert mich irgendwie jedes Mal daran. Ich könnte eigentlich mal das Rennen hier machen. Ging das überhaupt jetzt noch? Warte mal kurz. Ah, nee, warte mal. Da ist eine Fußspur. Hier nochmal. Ja. Kann ich die nicht. Einsammeln? Achso. Soll ich gar nicht einsammeln? Das geht auch so. Alles klar. Okay. Okidoki. Dann machen wir das so. Ja, wir finden Sabine. Diese ätzende Sabine. Ich wusste doch, dass sie irgendwas am Stecken hat hier. Okay. Gefunden. Das sieht wirklich seltsam aus hier mit den Hufspuren. So ein bisschen, äh... Na, wie nennt man das? Erinnert mich so ein bisschen an den Schimmelreiter. Da hat er auch so ein besonderes Pferd gehabt. Gut, es war ein Schimmel. Nicht so einherst du wie Karin. Aber irgendwie... Oder so ein Einhorn. Das letzte Einhorn. Das könnte mich auch da ein bisschen dran erinnern. Ich frage mich nicht, warum. Aber ich erinnere mich immer gerne an solche seltsamen Pferde-Geschichten. So, wo sind wir denn jetzt? Alex? Ach, da bist du. Hallo, Alex. Gute Arbeit, Mandy. Anhand der Sichtung der Spur glaubst du, dass es so scheint, als wäre Sabine Sichtung Moorland gesitten? Das mag... Du magst recht haben. Wahrscheinlich, um irgendwo Justin zu treffen. Glaubst du nicht? Oh mein Gott, mein Vorlesen ist ja ganz schlecht heute. Lass uns Spuren gemeinsam folgen. Sie sollten einfacher zu finden sein, jetzt wo wir beide wissen, wie sie aussehen. Los geht's! Ja. Alles klar. Oh nein, auch noch ein Zerennen. Oh, damit habe ich jetzt aber gar nicht gerechnet. Solche plötzlichen Zerennen sind ja immer nicht ganz so mein Fall. Na gut, wir versuchen es aber trotzdem. Moment. Ich rücke mich hier nochmal zurecht. Mach mich zum Zerennen beseit. So. Oh, warum ist sie denn zhause ich? Oh, wein doch nicht. So, wir müssen jetzt aber los. Ich würde sie ja sehr gerne trösten. Aber dafür haben wir jetzt leider keine Zeit. Wo muss ich denn lang? Ach, da. Los geht's! Oh, hoffentlich renne ich richtig. Ich mache das ja immer ganz gerne, dass ich falsch laufe. Oder irgendwo hängen bleibe, wie wir das kennen. Ah, Alex reitet mit mir. Cool. Ich dachte eben, boah, wer ist das denn? Es ist Alex. Okay. Die gute Liebe, Alex. Wow. Und wir sind schneller als Alex. Was nicht unbedingt gut sein muss. Denn wenn ich jetzt irgendwo feststecken bleibe, liegt es daran, dass ich einfach vorgeritten bin und nicht gesehen habe, wo es lang geht. Oh, Alex holt auf. Jetzt sehe ich gerade mal gar nichts wegen Alex Mütze. Mann, Alex. Nimm mal deine Mütze ab. Die nimmt mir voll die Sicht. Ah, die Silverglade Road. Oh, wenn das jetzt eine richtige Rennstrecke wäre, das wäre natürlich echt cool. Weil die Strecke echt nett ist. Bis jetzt zumindest. So, hier abbiegen. Und auf nach Moorland. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren hier. Ich bin nämlich so ein bisschen abgelenkt gerade von den schönen Hufen. Okay, hier geht es lang. Mann, es ist echt gut, dass der Weg da so vorgegeben wird. Bin ich echt froh. Oh, am Strand entlang. Mann, hier war ich ja auch noch gar nicht. Das ist doch bestimmt eine ganz normale Rennstrecke. Wow, fast am Stein kleben geblieben. Und dort. Und jetzt, ah, fuck. Komm schon, komm schon. Einen kleinen Schlenker hier. Okay. Gerade noch die Kurve bekommen. Huh, so ein Ende. Sehr schön. Wettbewerbsergebnisse. Wettbewerbsergebnisse. Ist es doch eine normale Strecke? So, Alex. Oh, wo sind wir denn hier? War ich hier schon mal? Doch, hier ist doch, äh... Weiter. Genau. Da wohnt, ähm... Miss... Miss Holograph. Nee, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Aber... Aber die wohnt ja. Irgendwie so. Da sind sie ja. Sie verlassen die Insel. Verdammt. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist eine Katastrophe. Was? Nein. Das ist nur... Diese Container. Sabine... Sabine bringt Justin zu. Es tut mir wirklich leid, aber ich kann es nicht mehr sagen. Was denn? Hör zu, du solltest Thomas davon berichten. Er ist Justins Vater und muss Bescheid wissen. Ich sehe dich beim Landgut wieder, okay? Alles klar. Und so schnell geht Sabine. Tschüss. Tschüss, Sabine und Justin. Guck mal, sie winkt sogar. Das ist ja frech. Das ist ja frech, dass sie sogar winkt. So, dann werden wir mal bei Miss Holocaust hier reinspringen und einfach mal da rüber hüpfen. Oh, wieso springt er denn nicht? Rocky, warum bist du nicht gesprungen? Hm, na gut. Dann gehen wir eben außen rum. Rocky möchte nicht springen. Hat aber auch gar nicht reagiert gerade. Hm. Seltsam. Irgendwas war da, was ihn vom Springen abgehalten hat. Wenn ich nur wüsste, was. Oh. Ein Zaun. Vielleicht war es ein Zaun, den ich nicht gesehen habe. Wer weiß. So, da sind wir wieder. Bevor wir jetzt aber Thomas erzählen, was wir gesehen haben, werde ich erst einmal einen Cut machen. Denn es ist schon wieder soweit. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis später und auf Wiedersehen.